Die Firma SMW Autoblock, hier auf der Intertool vertreten in der Halle 20, Stand Nr. 826, ist weltweit führender Hersteller von Spannsystemen, digitalen Spannsystemen und Greifsystemen. Hauptfokus auf dieser Messe ist für die Firma SMW Autoblock die Automatisierung, wo die Firma SMW Autoblock ein sehr großes Produktportfolio präsentieren kann. Die Messe Intertool, hier an diesem Standort, ist für alle eine Bereicherung einer so industrie-starke Region, diese Messe zu haben. Wir sind noch die ganze Woche auf der Messe vertreten und freuen uns auf Sie, spannende und automatisierende Themen besprechen zu können.